hallo und guten morgen zu road to rockstar ich habe schon lange keine videos mehr gemacht und ich wusste nicht ob ich zurückkehrt zu diesem kanal ich wusste nicht genau was dieser kanal wird aber jetzt glaube ich weiß es road to rockstar also ich bin vor kurzem aus dem bett gehabt vor einer stunde ich habe schon gefrühstückt ich war noch nicht draußen und laufen wie ich es eigentlich immer mache wo war ich das letzte jahr was habe ich geste gemacht warum mache ich jetzt ein video also wahrscheinlich interessiert es niemand aber ich mache trotzdem vielleicht mache ich es auch für mich also road to rockstar ich habe am wochenende in der stadt gespielt hier in göppingen es war schönes wetter und ich habe gestern was gemacht was mir spaß gemacht hat und es geht auch hier ich will auch gleich noch was sagen also um es geht um mehr als um die musik in diesem video es geht auch so ein bisschen darum was die leute zu einem sagen wie ein bisschen beziehungen funktionieren und gleichzeitig wie die dinge funktionieren die die wir machen wollen und was eigentlich andere von uns wollen war das so alles so kryptisch aber letztes wochenende zum beispiel oder die vergangenen letzten monate oder wochen hatte ich immer sag ich mal war es immer schwer mit leuten zu connecten oder dinge zu machen ich bin vielen leuten hinterher gerannt und habe manchmal mich in deren programm gesteckt weil ich nicht allein sein wollte weil ich doch tatsächlich vielleicht ein bisschen anders bin als die anderen und vielleicht seid ihr auch ein bisschen anders wir machen verschiedene dinge spaß mir macht das gar nicht spaß irgendwo hinzufahren und rumzusitzen oder so im freibad oder so es ist schon geil aber gestern zum beispiel habe ich gedacht ich mache jetzt was was mir spaß bereitet ich habe gestern ich sitze hier noch an meiner comic karriere ich zeige euch gleich noch ein paar sachen ich hoffe ich nehme auf genau und das soll ein bisschen hier so dokumentieren was ich hier mache und da bin ich gestern ich habe gedacht ich mache jetzt was mir spaß macht und ich gehe nach göppingen und spiele da mein set ich hatte nichts wirklich vorbereitet aber mit set meine ich ich habe ein paar lieder die ich mittlerweile auswendig spielen kann und gut spielen kann da sind dabei tito und tarantula die lieder die hier auch gespielt werden oder teenage dirtbag und mit jedem spielen wird es einfach besser und wenn ihr zum beispiel draußen im freien spielt und ihr habt den gurt um und ich spiele hier auf das baby dann geht es einfach viel leichter von der hand und mit der zeit wird man besser und jedes mal wenn ihr zeit reinsteckt läuft einfach viel viel cooler also kleines update ich habe auf jeden fall dann auch den hut hingestellt und ich wurde sozusagen gestern fürs lernen bezahlt also ich lerne mein set ich bilde mich aus ich bin jetzt natürlich 36 das ist natürlich ein gewisses alter wo man eine familie haben könnte oder ein leben das habe ich nicht ich habe eine comic karriere eine zeichner karriere das kann ich euch geschwind zeigen zeigen ich brauche gerade meinen youtube kanal auf der heißt dario der comic zeichner oder dario comics für den englischen kanal heute den test print von dem ersten comic das ich für die usa gemacht habe das war 2014 mein traum comics zu machen und 2017 war der traum comics für die usa zu machen und 2017 2018 ist es dann wahr geworden weil man die arbeit hier unten rein gesteckt hat und dann erstmal war es nicht linear und dann irgendwann ist es linear geworden deswegen weiß ich dass das mit der musik genauso möglich ist wie ihr seht auf meinem bett projekte ich zeichne gerade ich lebe sehr spartanisch immer noch hier aber trotzdem und hier ist es zum beispiel ich habe eine neue produktpalette aufgemacht mein portfolio sozusagen erweitert ihr könnt denken darüber ist vielleicht so eine art marktkauf oder mediamarkt und da könnt ihr kaufen comics und ich mache auch games das hier zum beispiel heißt nur werwolf das ist wie das werwolf das ihr kennt nur viel cooler da müsst ihr gucken vielleicht verlinke ich das unten und wie ihr seht hier liegen magic karten rum und trading cards und zum herbst mache ich ein trading card game und ich sag euch gleich warum ich euch das alles erzähle also das ist mein keanu reeves hier habe ich zum ersten mal öl probiert und dann bin ich auf acryl umgeschwungen der junge ist noch nicht ganz fertig der wird noch cooler hier hinten zum beispiel ist meine zeichnung für ein trading card game das heißt chaos galaxy tcg und ich habe auch einen trading card kanal den werde ich unten auch verlinken jetzt könnt ihr sagen mein gott du hast so viel scheiß konzentriere ich doch auf eine sache wir kommen gleich dazu diese dinge haben aber auch eine gewisse qualität die teilweise aber auch nicht jeder hinkriegen kann aber ich kriege das hin und ich scheiße diese sachen also das heißt das ist was ich mache also das braucht natürlich schon übungen und ihr müsst schon wissen was ihr macht und es ist auch nicht perfekt an dem bild sitze ich gerade dran habe ich sitze auch noch an comics und jetzt könnt ihr sagen okay du machst du viel aber machst du dinge fertig ich mache dinge fertig die ganze zeit und zwar fange ich an mit dingen level 1 dinge level 2 dinge so und vielleicht bin ich jetzt irgendwo super level dinge und aber das level ist noch sehr hoch und hier ist zum beispiel mein 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 vision board dass ich selber für mich gezeichnet habe im jahr 2018 und da habe ich gesagt ich will eines tages mit familien und freunden zusammenwohnen wie in einem tribe weil ich will wenn ich nach hause gehe dass da meine familie ist und meine freunde und ich will nicht überall alleine sein das ist eine sache die unsere gesellschaft designt hat die gar nicht verfickt noch mal natürlich ist dass wir die ganze zeit alleine irgendwas und das ist gut selbstständig zu sein und ich bin selbstständig und ich habe die meiste zeit meines lebens 36 jahre allein verbracht sonst hätte ich das nicht aufbauen können und ich habe dinge geopfert um diese scheiße aufzubauen mit dieser scheiße meine ich das nicht wie diese scheiße aber wisst ihr was ich meine genau und dann hier ist was ich haben will ich will irgendwann ein cooles mädel haben ähm und dann kann ich sagen oh bla bla träume nichts fickt euch ich werde es haben und hier ist mein eigenes haus und viel kohle ich mindestens in der woche brauche ist unwichtig und hier die dinge die ich aufbauen werde wie die maker school sozusagen wisst wo eure talente sind und eure träume und baut das dann auf die maker school ist gerade noch im backburner die comic school baue ich auf ich habe immer gedacht das wäre eine physische schule aber jetzt habe ich gecheckt es ist eine comic schule im internet und dann fragt euch ja okay wo gibt es comic schulen es gibt keine comic schulen ich baue das gerade auf im internet und das muss jetzt nicht heißen dass das jetzt die beste comic schule ist aber mit jedem video das ich mache gibt es mehr views mehr schüler und so weiter und dann sehen die auch meine produkte und dann kaufen die commissions und comics boom boom patreon läuft läuft noch nicht so wie ich es will für den ich monatlich momentan nur 50 dollar ich will dass es irgendwann 2000 dollar sind jetzt sagt die o träume bla 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 ja aber es gibt einen prozess hier oben ist der traum 2000 dollar im monat zu verdienen hier ist bei null hier stehe ich so bei 50 dollar die frage ist dieses 50 dollar am ding müsste man jetzt einfach füttern und das heißt einfach comics machen comics machen comics waren output und output und output youtube videos damit die leute sehen und dann kommen wir irgendwann hin wann das weiß ich nicht aber ich bin 36 nehmen wir an ich würde mit 40 mit patreon 2000 dollar verdienen dann kann ich immer noch dann könnte man das so sein lassen aber dann könnte ich immer noch workshops geben und noch mehr dazu verdienen und ihr seht das kann ich machen weil ich habe morgen zum beispiel ein schüler für die comic schule aus der usa das heißt ich sie jetzt sitze hier um 18 uhr wobei ich es auf 17 uhr verschieben würde und er sitzt bei sich zu hause um 9 oder um 10 uhr und dann bringe ich ihm comics bei und er zahlt für die erste runde nichts weil er einer meiner patreons ist im comic kanal und sozusagen schon mal richtig gehalten mich reingesteckt hat weil er so begeistert war das sehen wir wollen dass hier sind meine comics die ich noch macht die arbeite ich stück für stück ab und wie ihr sehen könnt möchte ich so fit aussehen wie der typ hier oben das bin ich gerade noch nicht und ich bin durch viele schweren zeiten gegangen und der druck hat mich dünn gemacht und ich habe viel gesehen und dann denken die leute immer wenn man einen tiefpunkt erreicht das war es das ist der letzte punkt aber oft kommt nach dem tiefpunkt der weg dann zurück zum hohen punkt für manche für manche nicht die bleiben da unten ich bin auch lange zeit unten gewesen aber ich bin so jemand der dann kreativ lösungen anpackt und wie ihr seht habe ich im jahr 2018 beschlossen ich würde gern playing der guitar like und da steht hat schon butler donovan frankenrider mcd marco weezer und es sind alles nicht so die mega komplizierten sachen mcd marco macht geile musik ich glaube nicht dass es mega kompliziert ist diese leute sind natürlich schon ewig dabei so wie ich ewig schon dabei bin beim comic und meine sachen sehen teilweise noch nicht so gut aus und leute sagen das packst du nie aber ich habe mich in meinem leben auch mit anderen dingen beschäftigt ich musste mich ganz viel mit meiner gesundheit beschäftigen und ganz viel mit meiner familie und ganz viel mit traumata und wie baue ich auf und es sind nicht unbedingt die talentiertesten künstler die schaffen und es sind nicht unbedingt die talentiertes musiker die schaffen ich habe sogar das gefühl ich meine fuck justin bieber oder was ed sheeran es gibt viel talentiertere musiker und trotzdem justin bieber scheint irgendwie ne und solche sachen das heißt ähm ihr müsst nur wahrscheinlich talentiert genug sein und oft ist es halt ein 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 mehr als nur ein skillset ihr müsst witzig sein ihr müsst gut gekleidet oder was heißt ihr müsst ihr sucht euch aus was ihr seid oder guckt jetzt ob es funktioniert aber gestern als ich dann sozusagen hier meine comic kollektion ähm aber gestern als ich dann zum beispiel auf der straße lang gespielt habe war es schon so dass ähm ich habe gespielt und ich habe meine lieder gespielt und ich hatte zum beispiel mittags geguckt wie geht journey und ich wusste dass es natürlich sind es nicht nur vier akkorde aber ich wusste es okay c und g und ähm mal gucken und es war so ähm moment ist jetzt nicht gestimmt und jetzt kommen wir zu der sache gestern auf der straße ich weiß es wird ein langes video und wahrscheinlich wird es niemand gucken aber ich mache es trotzdem weil ich Spaß habe also ähm ich habe gestern auf der straße gespielt und ich habe gut gespielt ähm also jetzt nicht so wie gerade eben ähm gesungen habe ich nicht es war nur instrumental ähm und ich muss auch sagen ich habe auch zum beispiel ähm durch corona als artist herbe rückschläge erlitten was sozusagen die comic sache angeht weil eigentlich bin ich lehrer ähm für comic oder workshop das heißt ich habe in manchen schulen ag ist und bring den kids zeichnen bei ähm und 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 dann habe ich mir letztes jahr das schlüsselbein gebrochen und dieses jahr habe ich mir dann wieder gebrochen man sieht es vielleicht ich habe dieses ding noch mal sechs wochen tragen müssen ähm nachdem ich es metall raus gemacht habe weil ich irgendwie mit der gitarre so eine ruckartige bewegung nach oben gemacht habe und da habe ich dann nochmal dreimal gebrochen angebrochen ähm ähm und dann saß ich hier fest und konnte mich nicht bewegen das heißt rückschläge 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 und trotzdem immer wenn es darum ging okay wie kann ich jetzt den befreiungsschlag wagen dann war die frage immer du musst so tiefer rein in die materie und beim comic und bei der gitarre ist das jetzt so ähm manchmal lernt man dinge oberflächlich zum beispiel songs und ihr könnt sehr viele songs aber dann merkt ihr so oder auch beim comic so ihr seid so nur so ein bisschen so ein hochstapler euch fehlt dass ihr eigentlich wirklich was strukturiert aufbauen könnt und dann war eben die erkenntnis okay du musst wieder zurück zum fundament zum beispiel auf der gitarre einfach zu wissen wo die dinge sind dass zum beispiel dass ich hier ein a spielen kann dass ich hier ein a spielen kann aber auch hier unten durch einen anderen griff und dass ihr merkt ihr könnt diese chords zusammensetzen wie ihr lust habt und wie ihr darüber wandert und es kommt dann mit der zeit und während ich jetzt hier das alles so beschreibt ähm gestern habe ich dann auf der straße gespielt jetzt kommen wir dazu und ein haufen leute sind vorbeigelaufen und nach diesem ganzen corona ja ähm weiß nicht glaube ich tut es den leuten gut wenn da jemand steht und ich war gut angezogen jetzt nicht so wie hier aber ich bin gerade braun gebräunt und komme wieder ins saft meines lebens hatte eine wunderschöne hose an eine goldene casio uhr cooles oberteil und habe einfach gestrahlt weil es mir selber spaß gemacht hat und während ich da so gespielt habe habe ich da so mit gerockt weil einfach das gut tut und ein kleines mädchen oder junges mädchen ist so vorbeigefahren mit dem fahrrad ähm und ein anderes mädchen eben auch oder kids also vor allem kids haben da so getanzt und haben gelächelt und so die augen dieses leuchten und dieses lächeln und dieses oh mein gott ich glaube es jetzt nicht ich wüsste dass man dieses dieses manga face dieses oh mein gott was ist das für geile scheiße und ich sogar der scheiße ist es nicht aber ich habe dann einfach zum beispiel ein und das sind vier akkorde also zumindest in meiner version und das halt laut gespielt und krach zu machen weil auf der fußgängerzone da ist ein brunnen da ist der wind da sind die leute da war es jetzt nicht die zeit filigrane lieder raus zu hauen sondern da musste man so richtig einfach laut ein bisschen ähm und das haben die leute gefeiert das haben die kids gefeiert ähm geld kam auch rein ich hatte den hut hingelegt ich habe keinen hut ich habe einen matrosenhut den habe ich mal gekauft da wollte ich an fasching als johnny knox will gehen als matrose das habe ich dann nicht getan ähm aber jetzt leistet mir der hut gute dienste und ich lege unter diesen matrosenhut der hat praktisch so in so ein ding da habe ich so eine kleine a4 klarsichtfolie reingetan damit er nicht dreckig wird vom boden und nebendran stelle ich mein getränk eine 05 ähm flasche in einer plastik pet am besten im schatten damit die leute diesen hut nicht übersehen oder drüber laufen und ich bin da relativ in der nähe und als ich das gesehen habe also ich meine das ist natürlich cool dass kohle reinkommt dass ich bezahlt werde fürs üben ähm jetzt sagt ihr okay du bist zu alt aber nehmen wir an ich wäre 18 oder 19 oder 20 dann junge junge ihr lebt noch bei euren eltern ähm ihr könnt ein paar songs ihr stellt euch auf die straße ihr spielt ihr guckt vorher mit der stadt ob das klar geht ansonsten probiert es einfach aus und macht da cash auf der straße während ihr anderen leuten die freude bringt ich meine wie geil ist das und ich meine nehmen wir an ja okay es kann wahrscheinlich jeder professionelle musiker sein mir ist das natürlich klar und irgendjemand muss auch die anderen jobs machen aber wenn ihr diesen job machen wollt dann macht ihn doch und wenn ich den machen wollt dann haltet mich nicht davon ab und jetzt kommen wir zu dem punkt wenn ihr bis hierhin geguckt seid seid ihr eh hardcore fan ähm das andere leute genau das ist jetzt worum es hier geht in dieser gesellschaft muss ich sagen ein bisschen was macht es mich traurig am samstag bin ich sozusagen unterwegs gewesen und dann hat einer gespielt oder eine band gespielt oder freunde von mir haben gespielt in der bar und die haben richtig die mods gaudi rausgebracht ja und oft die leute die dann einfach in diesen bands sind das sind diese leute die wahrscheinlich ein leben lang spielen so papa hat halt eine band gehabt oder der sohn wollte die band und habt ihr unterricht gekriegt und ja also ich meine ihr habt dann von klein auf unterricht und ihr kriegt einfach sachen mit ihr habt ein lehrer der es euch beibringt ich meine meine mama hat gesagt als ich klein war so was willst du spielen für ein instrument und ich habe gesagt ich will eine gitarre und dann gab es stattdessen meine schwester hatte halt ein orgel oder ein keyboard und diese ne du spielst das dann bin ich zum zu den wie sagt man zu den lessons also zum unterricht und das war halt nicht meins und dann der lehrer war auch glaube ich nicht so mega cooler typ und dann hat er gesagt dario du übst nie und bla und du sagst nur dass du übst und du hast aber keine lust hier zu sein und ich denke so leute das kann ich jetzt ja sagen ich bin halt so weiß ich nicht 6 7 8 9 10 was weiß ich bin was für eine scheiße ihr mich hier reingesteckt habt und so läuft es doch auch mit der schule guckt euch doch die scheiße an wie viel zeit ich mit doppelstunde mathe montag morgens verbracht habe oder mit englisch ich kommuniziere jetzt die ganze zeit mit usa und england und wisst ihr wo ich die scheiße gelernt habe das ganze englisch vom comics lesen vom serien gucken und vom games zocken ist jetzt schule deswegen nutzlos nein aber und das ist jetzt der punkt ja und dann zum beispiel wenn man ein gewisses alter hat und dann damit anfängt dann sagen die leute die sehen dass du sagst und die wissen ganz genau um star zu werden da brauchst du 100 millionen jahre um dahin zu kommen und vielleicht haben sie recht vielleicht ist aber auch lernen linear und vielleicht könnt ihr sozusagen in dem jahr viel besser werden als jemand anders und vielleicht und das ist das was ich gemacht habe ich habe zum beispiel vor langer zeit schon gesagt okay ich möchte jetzt rockstar werden was total behindert ist aber mit rockstar und da habe ich das buch von amanda palmer gelesen ist einfach das sind leute die machen musik und während die ihre musik machen oder lieder machen erzählen die was über ihr eigenes leben oder erzählen dinge über die wahrheit und das ist auch wieder wissen was man also ich hatte das nicht von klein auf gitarre zu lernen da gab es kein getan unterricht ich hatte dann das weg gelernt es gab nicht die finanziellen mittel ich hatte nicht den lehrer und jetzt kann man sagen wo alles ausreden vielleicht aber ich habe halt spät angefangen heißt das jetzt dass ich das nicht mehr nachholen kann oder nicht mehr verfolgen kann nein es eben nicht ich mache es jetzt trotzdem und ich bleibe am ball und manchmal sind die fortschritte eben klein und manchmal sind sie dann manchmal macht man eben dann große schritte oder sätze das kommt immer ganz drauf an und genau jetzt kommen wir zu dem hauptpunkt also wenn jetzt immer noch zuguckt seid ihr tru tru hardcore fans also und oft wollen euch leute eben in irgendwas reinstecken also ihr seid rund und ich sage nie ins vierk musst du passen damit du in mein leben reinpasst das ist bei eurer familie so das ist bei den dingen die haben wohl so und es ist manchmal auch für andere leute irgendwie jeder oder manche leute das ist keine wahre stärke aber manche leute das habe ich jetzt letzte woche dieser die tun so als ob sie es nur für euch machen als ob sie jetzt euch den gefallen tun wollen aber ihr tut denen den gefallen die wollen dass sie in denen ihre welt reinpasst als dieses oder dieses ding oder die wollen aufgeladen werden von euch oder dass ihr einfach nur dabei seid als als beiwerk scheißt auf diese leute seid von mir aus allein und allein sein ist auf gar keinen fall gesund aber ich sage euch jetzt ich bin leuten lang hinterher gerannt und habe lange dinge gemacht die schwierig sind ich mache jetzt dinge die einfach sind die mir einfach fallen und ich mache nur diese dinge und es kann für manche leute sich psycho anhören aber ich scheiße die comics ich scheiße stories ich scheiße diese videos das kommt aus mir ganz normal raus und ich habe den drang das zu machen deswegen folgt euren drängen und dem was euch gefällt gefällt und scheißt auf das andere wirklich hardcore und da kommen noch viele dinge dazu zum beispiel hat gesagt so dadurch du kannst dich singen du kannst dich gitarre spielen durch ein gewisses alter du beschwerst dich die ganze zeit dein leben ist schon hart warum machst du jetzt zum beispiel ist mit der gitarre und und er selber war auch musiker der ist auch schon ich weiß jetzt nicht also der super und oft sind solche ratschläge gut gemeint aber nimmt diese ratschläge und wischt euch da mit den hintern scheißt auf die ratschläge niemand verbringt mit euch 99 prozent eurer zeit weil wir leben einfach in komischen zeiten das heißt wenn ihr sehr gute freunde habt oder sehr gute band kollegen dann schon aber die meiste zeit guckt niemand in euch rein das heißt intimität die leute gucken in euch rein und verstehen wer seid und was ihr wollt und die arbeit macht sich niemand weil jeder nur am überlegen wie pass ich da rein wie kann ich jetzt das haben vielleicht wenn ich jetzt das mache und mir ein auto hole habe ich dann die super geile chick auf den scheiß und dann am samstag ich bringe so zwischen den geschichten da müsste darauf klarkommen es wird besser und am samstag bin ich dann wo abends gewesen wo ich mich nicht anstrengen musste wo jemand gesagt das kommst du auf meinen geburtstag wir haben im kleinen kreis gefeiert das waren alles musiker und die mädels die da waren waren dann haben viele grandios gesungen und gitarre gespielt vielleicht sogar besser als ich und ich finde es jetzt auch gar nicht schlecht sondern ich war einfach nur beeindruckt und ich dachte so jetzt so viele jahre probiert reinzupassen in diesen kack mit alkohol trinken bars dumme scheiße schwarze ledermäntel obwohl ich eigentlich eher so auf farbige scheiße stehe wie man das hier zieht ich bin eher so ein bisschen paradies vogel mäßig und 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 alle sind hier so schwarz angezogen deutschrap gangster fickt euch alle in arsch ich will euch alle